Ja, du kannst das nicht aufklären, Tarko, weil sie es nicht verstehen wollen. Ich habe mir die Clips von einer leeren Frau dazu angeguckt und ich glaube auch nicht mehr, dass sie das ernst meint, was sie von sich gibt. Ich glaube ihr das nicht mehr. Ich traue ihr das nicht zu, dass sie so wenig Verständnis von dem Rechtssystem hat und dass sie so wenig Ahnung von dieser Form von patriarchaler Gewalt hat, dass sie wirklich so doof ist, dass sie die Dinge so sagt, wie sie es macht. Ich glaube ihr das nicht mehr. Also ich glaube, sie schauspielert, um Karriere zu machen und ragebaitet, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass diese Frau so wenig rafft. Das glaube ich nicht. Aber es ist halt, ja, soll sie machen, wenn sie meint. Aber es ist halt beeindruckend, wenn man halt immer noch bedenkt, dass ich einer Carina gesagt habe, du, das ist echt unangenehm und mir eine Carina das vorgeworfen hat und jetzt mit ihr chillt und das für sie okay ist und parallel feministische Videos auf YouTube macht. Also es ist wirklich, KochenTV sollte sein Clones-Kostüm teilen. Es ist wirklich nur noch erbärmlich, was da abgeht. Wirklich. Also, holy fucking shit. Und dann hast du halt trotzdem auch weibliche Influencerinnen, die behaupten, sie setzen sich für Betroffene ein und die behaupten, sie machen Betroffenen-Gespräche und sonst was und Gaslighten mich ins Nirvana, was Belästigung anderes angeht. So eine leeren Frau zum Beispiel. Das ist ein Paradebeispiel für eine Gaslightende Frau, die sich da hinsetzt und eine Betroffene. Hallo, jetzt bin ich Gaslighted öffentlich und mir meine Betroffenheit abspricht unter einem Vorwand von, keine Ahnung was, trotz Gerichtsurteil und immer noch nicht rafft, was, also, ist halt absurd. Aber richtig beeindruckend. Am beeindruckendsten finde ich tatsächlich die Frauen, die sich dem anbiedern. Das ist für mich wirklich nochmal eine ganz eigene Geschichte. Also, das muss wirklich so tiefsitzender Selbsthass und Unzufriedenheit mit sich selbst sein. Oder massive Naivität, wenn man glaubt, dass man nicht selber unter die Räder kommen kann von dieser antifeministischen Maschinerie, mit der man versucht, bekannt zu werden. Und wenn man wirklich so naiv ist, zu glauben, dass man selber sicher ist und es einen nicht genauso treffen kann wie mich und man dann einfach zu Shiooka 2.0 wird in unter einer Woche. Nur hat man dann halt keine feministische Community, sondern halt einen Siff. Also, okay, viel Glück damit, Lana. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, aber meld dich nicht bei mir, wenn es bei dir schief geht. Das ist, der Zug ist abgefahren. Das ist wirklich, also.